Wo wollen wir denn hin? Da Torchi! Wolltest du mal wieder in deinen alten Parkplatz? Magst du ein paar Nussis? Oder wolltest du zum Spatzenfutter? Mh, lecker die Nussis! Schreibtisch-Nussis sind doch immer noch die Besten, ne? Jawoll! Wie du siehst, warst du hier gerade gar nicht eingeplant. Guck mal, hier steht alles voll. Ist dem Horsi egal, ne? Schmatz-Mampagnusis. Und der Knödi-Matz? Hast du es auf die Heizung geschafft? Du wackelst, ich habe es gesehen. Zeig mal! Hängerchen! Und tschüss! Hängerchen wieder runtergerutscht. Knödi-Matzbeer. Machst du einen neuen Anlauf, ne? Jam, jam, jam! Ja, hast du alles im Blick? Was geierst du denn so nach dem Spatzenfutter, hm? Davon liegt doch eigentlich auch genug auf der Erde rum. Schmeckt es hier am Schreibtisch besser? Mieps! Mieps! Tippi sagt Mieps! Bleibt noch ihnen noch übrig. Keine Sorge. Hörchen passt auf. Ja. Kriegst du auch alles mit? Wo bist du? Mieps! 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 Schreibtischbelagerung vom Horchi! Horchi-Fit-Keks! So, bist du satt? Hast du genug? Mieps! 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 Und schwupps! Tschüss,ędard!